Herzlich Willkommen zurück zu meiner Let's Play Lego City On The Co. Weiter mit meiner Wichtigkeit. So, heute ist Samstag und heute hole ich euch die Folge. Ich habe nämlich gestern Abend, wollte ich hochladen und dann ist mir auch verfallen. Ich habe gar keine Folge mehr. So, und wir müssen ins Weltall. So wie ich das recht in Erinnerung habe. Professor Kowalski? Jawohl! Nur keine Sorge, ich werde Natalia befreien. Vielen Dank, Chase. Kann ich dir irgendwie dabei helfen? Für die Blumen. Hä? Natürlich klappt das. Alles klar, jetzt kommt wieder diese mega laute Musik. Ja klar. Wir machen gerade die Rakete startklar. Okay. Wir wollen hier... Aber wir fahren mit dem Auto hier. Okay. Äääähn, ääähn, 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 ääähn. Juhu. Hier geht´s lang, so, ich würde sagen, das ist über uns, ab ins Weltraum, deswegen habe ich schon einen Weltraumanzug angezogen, ok, wo muss ich hier hin, da hast du das Ziel erreicht, ja, und nun, hallo, Kevin, wo musst du hin, da oben, alles klar, immer wieder alles kaputt machen, so muss das richtig sein, so, hoch da und ab ins Weltraum, oh, du springst ja immer, Jace McCain im Weltraum, ok, wir müssen erst was machen, diese Musik, ok, 50.000 Punkte, ganz ehrlich, jetzt bleibt das trotzdem mal, egal, ja, dann habt ihr mir das auch geschrieben mit den Supersteinen, ja, das werde ich mir dann später vielleicht nochmal angucken, aber erstmal muss ich gucken, was ich jetzt hier zu machen habe, ja, Entschuldigung, so, oh, okay, so geht´s nicht, ok, dann hier hin, ok, dann hier hin, ok, haben wir gesehen, machen wir, bekommen wir, ein Supersteinen, da kommen wir aber nicht hin, so, das ist ja meine absolute Stärke hier, das wisst ihr ja, Upsa, ja, 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 nee, ist klar, ok, jetzt sind wir hier, vielleicht auch gar nicht so schlecht, das wollen wir das ja auch nochmal machen, ich muss auch nochmal meinen Kopf hier leiser machen, das ist ja richtig blöd, so, was haben wir jetzt hier, was passiert, die Tür, ach, die Tür geht auf, ok, danke schön, so, jetzt brauchen wir wieder den, ok, 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 wir machen den Shuttle bereit, ne, erinnert euch noch an den Anfangsspruch, wir machen den Shuttle bereit, hm, ich, ich bin wieder der Blöde, der hier den Shuttle bereit machen muss, da ist das scheißend hoch, weg, ah, ja, oh, wir haben überlebt, ok, bauen, yeah, Space Shuttle, Huchuhu, Superbau erreicht, Astronaut, Ich werde mal hier wieder Zusteine einsammeln. So. Okay, ist doch klar, wir müssen wieder da. Okay. Wir haben es gesehen. Hallo. Ja, wir haben es gesehen. Danke. Ich will wieder in Zusteine. Dankeschön. So, dann lassen Sie es dann mal hoch. Oh. Kevin. Wo bist du denn heute? Das funktioniert nicht. Okay. Alter. So. Öp. Da oben ist noch ein Superbau. Äh, Supersteine. Superbau. Schön. Zurück bitte. Was wir haben, haben wir, ne? Die Steine können wir ja behalten. Können wir dann ja später noch andere Superbaus mitmachen. So, los geht's. Ab ins Weltraum. Auf dem Weg zum Mond. Okay, so können wir die Folge auch nehmen, ne? Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Samstag. Äh, ja. Ein schönes Wochenende. Jetzt kann ich mir irgendwie auch mal euch schöne Brüche da lassen. Ich muss dich warnen. Der Start kann sehr unangenehm werden. Hm, ja. Ich krieg das an den Professor. Man kennt das doch aus dem Kino. Und Start beginnt in? Zehn. Neun. Zehn. Neun. Boah. Oh, Leute. Sieh mal einer an. Von wegen im Weltraum hört dich keiner schreien. Gut gemacht. Du bist jetzt im Wildall. Bis zum Mond dauert es fast zehn Sekunden. Oh, nein, du befählst dich schon über den Mond. Was? Ja, er ist ziemlich nah. Und klein dazu. Verrat's aber niemandem. Ist geheim. So, es wird Zeit für deine Mondwanderung. Du musst dich gut vorbereiten. Ich will, dass du deinen Raumanzug genauestens überprüfst, bevor du aus deiner Kapsel aussteigst. Geht klar, Professor. Wie geil ist das denn? Okay. Mach das Visier doch unter. Es ist doch jetzt... Ich bin unterwegs, Natalia. Komisch. Ich fühle mich nicht leichter. Ich habe mich gedrückt. Ich bin an den Keksen, die ich in der Rakete gemampft habe. Das liegt an den Keksen, die ich in den Raketen gegessen habe. Ich sehe so viel. Ah. Das geht nicht. Das ist auf jeden Fall so ein Schutzschild. Hey, das können wir nicht machen. Hey, wir können was bauen. Dann ein Knöpfchen. Boah, ich will mich jetzt erst mal hier... Was ist das denn? Da fehlt doch ein Stück. Da fehlt doch ein Teil. Der Behälter. Ah, guck mal. Da können wir auch was heile machen. Da brauchen wir den Bauarbeiter für. Nein, falsch. So. Bam, bam, bam. Da haben wir die Joch erledigt. Dankeschön. Ja, wie gesagt. Ich habe schon in den anderen Folgen gesagt. Ey, Leute. Wenn ihr noch auf ein Lego-Teil Bock habt. Den ihr gut findet. Weil man sieht es ja auch hier. Manche Leute lassen sich da gar nicht dran stören. Dass ich in dem Sinne schon Lego gespielt habe. Oder dass sie das selber schon gespielt haben. Oh, schau. Aber wir gucken es trotzdem. Und das freut mich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wäre schön, wenn ihr mir vielleicht noch ein Lego-Teil vorschlagt. Ja, weil es macht mega viel Spaß. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Es ist ein ganz anderes Spielen. Es macht einfach mega viel Spaß. Achso. Damit holen wir das Ding wieder runter. Ich hätte gedacht, wir könnten das Teil da aufhören. Ey, gehen wir mal weiter. Das war nicht euer Ernst. Ich bin He-Man. Ich habe noch gedrückt. Ich bin sowieso stärker wie du. Bratwurst platt. Wir müssen bei irgendwas bauen. Das weiß ich jetzt schon. Oder? Was habe ich denn eingesammelt? Mein Herd. Mein Leben. Alles klar. Ich zeige das jedes Mal. Ist doch gut. Wir wissen es. So. Okay. Wie soll ich denn da hoch? Ah, da ist eine Kette. Hä? Ich muss rüberfliegen. Zack, zack. Komm mal runter hier. Ne? Handsluss-Kette. Hubschraubeer. Oh. Dynamit. Ja. Sehr schön. Komm. Zwei von vier. Sehr schön. Okay, komm. Achso. Ich habe was gesehen. Okay. Äh, nein. Geh mir mal, Jace hier. Machen alles kaputt hier. Uiuiuiuiuiuiui. Oh. Oh. Auf weg Zack Handschellen Zack 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 Und sie kommen denn da noch Zack 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 Okay Erledigt Ja was haben wir für eine Farbe Rot Rot geht nicht Wir müssen erstmal hier ein bisschen aufräumen Wir brauchen Grün Das können wir nicht Das weiß ich Okay 4 von 4 Sehr schön Oh Da habe ich es kaputt geprügelt Zack Ach Ach blau Scheiße So haben wir auch Eigentlich Eigentlich ein Farbwechsler Das andere würde keinen Sinn machen Hier ist der Farbwechsler Äh Hier ist der Farbwechsler So ich sage damit erstmal wieder vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt hier bei Lego City Undercover wir hören uns morgen wieder in alter Frische Bis denn Tschüss Tschüss.